Aarons rollender Supermarkt. Jeden Tag fährt der Lkw raus aufs Land. Der rollende Supermarkt stoppt dort, wo die Häuser älter werden und viele Fensterläden zu sind. Dort, wo der Ortskern langsam ausstirbt. Ich erlebe es jeden Tag. Die Leute, wenn ich komme, haben ein Strahle im Gesicht in der Regel. Ob das jetzt an mir liegt oder an der Tatsache, dass ich jetzt wieder was zum Essen kriege, sei mal dahingestellt. Aaron Daubner kommt zu denen, die in ihren Dörfern nichts mehr haben. Er ist dabei Zuhörer und Seelsorger zugleich. Also man erfährt auch schon ganz schön viel Schicksale. Und bei manchen Dingen, muss ich sagen, läuft mir das dann auch eiskalten Rücken runter. Erster Stopp heute, Ruid bei Bretten. So, guten Morgen. Wie geht's Ihrer Mutter? Aber sie ist daheim wenigstens? Ich bin daheim, ja. Aaron Daubner sorgt sich um seine Kunden. Er leidet mit. Viele machen hier ihren ganzen Wocheneinkauf. Was hätten wir denn gerne? Ein Brie. Ein Brie? Jawohl. Die ist nur ohne Limburger. Ohne Limburger. Clementine hätte ich noch. Weit und breit gibt es hier seit Jahren keinen einzigen Laden mehr. Ich denke, nächste Woche werde ich dann auch wieder die erste Traube haben. Für den Salzpfeifen. Jawohl. Ich nehme es gerade. Wenn Aarons Supermarkt kommt, gibt es endlich wieder frisches Brot. Was zum Lesen und Konserven, um die Zeit bis nächste Woche zu überbrücken. Gibt es dann wenigstens sowas wie einen Metzger? Nein, auch nicht mehr. Einen Bäcker? Nein, nix. Echt nix. Gibt es dann eine Arztpraxis oder eine Apotheke oder sowas? Alles weg. Wie fühlt sich das an? Als würde das Dorf aussterben so ein bisschen. Wie viel sind? Fühlt sich das auch? Immerhin gibt es noch einen Zigarettenautomaten im Ort. Alles andere muss Aarons Supermarkt liefern. Wenn es notwendig ist, auch bis direkt vor die Tür. Die älteren Leute im ländlichen Raum fühlen sich total vergessen und vernachlässigt. Ich glaube, wenn ich noch eine Kaffeemaschine irgendwo hier unterkriegen würde, ich könnte stundenlang an einer Haltestelle stehen und Kaffee trinken mit meinen Kunden. Weil die natürlich auch den Redebedarf haben, gerade wenn sie alleinstehend sind. Seine Kundschaft erzählt von goldenen Zeiten, als Ruit noch eine eigene Metzgerei hatte. Eine Post und Banken. Selbst der Geldautomat ist heute verschwunden. Wenn Aaron Daubner genügend Geld in der Kasse hat, spielt er auch noch Bank und zahlt Geld aus. Und gerade die Rentner, die sagen oft, wir haben das Land nach dem Krieg aufgebaut. Da waren wir gut genug. Ja, und dann haben wir unseren Dienst getan. Und jetzt können wir eigentlich auch dann mal ausscheiden, sozusagen. Weil uns braucht ja dann eh keiner mehr. Wir sind ja im Prinzip nur noch eine Kostenstelle in Deutschland. Nach Trichtingen nördlich von Rottweil kommt nicht einmal ein rollender Supermarkt. Die Grundschule soll dicht gemacht werden. Nachdem die Gaststätten schon längst geschlossen sind und keiner der Läden überlebt hat. Unser Besuch verursacht eine kleine Versammlung gefrusteter Dorfbewohner. Wohnen kann man hier wunderbar. Aber? Aber ohne Auto ist man aufgeschmissen. Der ÖPNV hier gleich null. Mich frustriert auch die Schließung der Schule. Ich bin hier geboren, zur Schule gegangen. Meine Kinder sind zur Schule gegangen. Und ich möchte so gerne meine Enkel auch singend zur Schule laufen sehen. Ganz unten wird oben nicht gehört. Und das ist eigentlich das große Thema, was dann auch diesen politischen Frust macht. Der Gemeinderat Markus Gieser ist vor allem von einem schockiert. Seine Schule, in der er und seine Kinder das Einmaleins gelernt haben, soll für immer geschlossen werden. Nicht finanzierbare Vorgaben der Landespolitik nennt er als Grund. Ganztagsbetreuung und eine große Mensa. Die erste Zeit war sehr großer Frust hier im Dorf. Und auch wie eine Art Lähmung, dass hier überhaupt eine Schule geschlossen werden kann. Der Bedarf ist auf jeden Fall immer gedeckt und ist auch da. Es sind genug Kinder da. Ja, das war eigentlich wirklich ein Schock. Er sagt, immer wieder werden der Landbevölkerung Steine in den Weg gelegt. Entscheidungen, die von oben kommen, müssen von den Dörfern umgesetzt werden. Komme, was wolle. Windräder sollen bald das Dorf umzingeln. Die Bürokratie lähmt das Vereinsleben. Und der letzte Bus fährt hier an der ehemaligen Gaststätte zur Kanne um 16 Uhr. In den Ferien fährt gar nichts. Der Frust überwiegt. Und mit dem Ausblick, wie es weitergeht, wenn man schaut, wo man herkommt, mit einem intakten Dorf, wird es einem wirklich Angst. Was kommt später? Was kommt danach? Wo sind wir jetzt? Wo steuert das Dorf hin? Zurück auf der Tour des rollenden Supermarkts bei Bretten. Jeder weiß hier, was das bedeutet. Der Vorratsschrank kann endlich wieder gefüllt werden. Die denken nicht an die alten Leute. Denke ich mal so. Aber die wären vielleicht auch mal alt. Dann kommt vielleicht der Gedanke, wer hätte es anders machen sollen. Ich denke an Sie. Deshalb komme ich auch jede Woche. Ja, und ich freue mich auch immer. Aber Renate Veith kann nur kochen, was Aarons rollender Supermarkt mitbringt. Ja, und immer, wenn man Enkelkinder einleiht zum Essen, dann kann ich bloß sagen, ich kann euch das anbieten. Dies oder das. Sonst ist nichts da. Oder müssen ihr euer Essen mitbringen. Montag bis Freitag beliefert Aaron Daubner Dutzende Dörfer rund um Pforzheim. Die Nöte der Menschen hier, sein Geschäft. Trotzdem macht er sich große Sorgen um die Zukunft seiner Kundschaft und ihr Dorfleben. Die, die was reisen könnten, die ziehen weg aufgrund von Arbeit oder sonstigen Sachen. Und letztendlich bleiben dann nur noch die alten Menschen. Und die sagen oft auch, wir warten eigentlich nur noch auf Tag X. Weil was anderes können wir gar nicht machen. Weil es halt nichts mehr gibt. So ist es.